Guten Morgen zur frühen oder späten Röhrenstunde. Ich stelle heute die RS681 von Telefunken vor, einer UKW-Senderöhre für 150 MHz Maximalfrequenz. Sie arbeitet mit 4 bis 5 kV Anrodenspannung, je nach Frequenzbereich und benötigt 10 V Heizspannung und 7 Ampere Heizstrom. Wie man sieht, die Röhre ist doch im original Karton als Transportverpackung. Ich versuche sie im Detail vorzustellen, was ein bisschen schwierig ist aufgrund der Reflektionen. Röhren sind leider Spiegel und das macht es immer ein bisschen schwierig mit der Filmerei. Auf der Website sind wie immer alle Detailfotos mit möglichst wenig Reflektionen, sowie dem Datenblatt. Das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Dies ist die Originalverpackung der RS681 und wer den Größenvergleich noch nicht gesehen hat, hier ist eine ECC83 im Größenvergleich. Die Röhren wurden damals noch in echten Holzkisten transportiert. Mit der Aufschrift Vorsicht Glas nicht werfen, stehen transportieren. Und auch mit dem Transporthinweis. Nicht auf die Seite legen. Die Röhre selbst ist intern nochmal verpackt. Die Röhren selbst wurden mehrfach verpackt, also umverpackt und federnd aufgehängt und transportiert. Diese Transportmethode war bei sehr vielen Senderöhren Standard. Die Umverpackung war wieder nochmals verpackt und stabilisiert. Und schließlich die Röhre selbst. Interessant ist noch der Karton. Der enthält den Aufdruck deutsches Reis-Geschmacksmuster. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, weil die Produktion ist definitiv nach Krieg. Ich weiß nicht, wie lange dieser Begriff noch benutzt wurde. Aber es ist trotzdem interessant. Hier noch ein paar Detailaufnahmen des Kartons. Man sieht die Spuren der langen Lagerung. Hier nochmal die RS-681. im Größenvergleich zur EC-C83. Da ist sie. Es handelt sich wie gesagt um eine luftgekühlte UKW-Senderöhre. Die Röhre hat einen Außenanschluss. Das ist das Gitter 2. Das ist die Aufhängung der Kathode. Die Röhre ist direkt geheizt. Wie sehr viele Senderöhren. Das sind die Sockelstifte. Drei davon sind für das erste Steuergitter. Und zwei sind die Heizung bzw. die Kathode. Das zweite Steuergitter ist dieser Metallring. Detailaufnahme der Haltefedern für die Heizung. Also damit wird die Kathode und die Heizung gespannt. Das ist jetzt eine Aufnahme des Systems. Das ist ein bisschen schwer zu filmen. Von unten. Das ist das Anodenblech. Großtelefunken RS-681. Auch hier ist die Anode fliegend aufgehängt. Was einer der größten Kritikpunkte war, dass natürlich dadurch die Röhre mechanisch sehr empfindlich wurde. Also die Anode ist gerne gebrochen. Die Anode selbst wurde äußerlich auch über diesen Ring konnektiert. Zu sehen ist auch in der Mitte der Pumpstutzen der Röhre. Das war gerade eine vorbeifahrende Tram. Die Anode ist außen mit Grafit beschichtet zur Radiationskühlung. Die Röhre selbst ist komplett luftgekühlt. Ich versuche jetzt noch einige Aufnahmen vom Innensystem per Handkamera. Zum Schluss die versprochenen Aufnahmen mit der Handkamera. Hier nochmal der Sockel. Hier ist der Kontaktring für das zweite Steuergitter. Gut zu sehen ist unter anderem jetzt die Aufhängung der Kathode bzw. der Heizer. Die Keramiken. Die Röhre rollt gerne weg. Das ist der obere Teil der Anode. Das hier ist der Kontaktring für die Anode sowie der Pumpstutzen der Röhre. Das hier ist ein versuchter Blick ins Innere des Systems. Das hier ist der Kontaktring. Das hier ist ein versuchter Blick ins Innere. Das hier ist ein versuchter Blick ins Innere. Das hier ist ein versuchter Blick ins Innere. Vielen Dank. Die Röhre selbst ist noch unbenutzt. Auch noch eine Detailaufnahme. Zum Ring des zweiten Steuergitters. So wie des Innenaufbaus. So wie schon gesagt, heute nur ein Quickie. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.